Hallo und willkommen bei Whisky Writer. Ich bin heute in der Space Side. Ich habe heute einen Whisky hier auf dem Tisch, den ihr euch gewünscht habt. Da freue ich mich sehr drüber, denn ich kenne den noch gar nicht und das, obwohl es sich eigentlich um einen Standard handelt, auch wenn er in Small Batches aufgelegt ist. Ich habe heute den Aberlauer Abunat Batch 70 im Glas. Batch 70 ist das ganz aktuelle Batch. Die Batches variieren vor allem in der Alkoholstärke minimal und ja, wir haben heute satte 61,2 Prozent. Alter Falter. Ja, der Whisky ist sich aus der Community gewünscht worden. Ich konnte nicht da viel zu sagen. Ich wusste, es gibt ihn und er ist relativ ein Standard-Whisky und dann wurde halt gefragt, welches Batch sollen wir denn machen. Das ist ein Wachsvorschluss, aber es ist sehr weiches Wachs, deswegen ging das bei dem tatsächlich auch relativ einfach ab. Ja, dann kam halt der Wunsch auf, das neue Batch zu machen. Da mussten wir erstmal ein bisschen gucken, wo gibt es das neue Batch denn schon? Ich habe den Whisky jetzt auch schon eine ganze Zeit lang und als wir dann fündig geworden sind, haben wir ihn geteilt und bin jetzt echt gespannt. Also von Aberlauer hatte ich insgesamt noch nicht so wirklich viel im Glas, muss ich zu meiner Schande gestehen. Man kann ja auch nicht alles trinken, was es gibt. Ich hau schon viele Videos raus. Von daher bin ich sehr froh, wenn sich dann auch mal sowas gewünscht wird. Ich freue mich gerade sowieso sehr über Brennereien, die ich noch nicht so sehr kenne, einfach um mein Portfolio hier auch ein bisschen ausbauen zu können und mein persönliches Wissen über Brennereien, mit denen ich noch keine Erfahrung gemacht habe, aufbauen zu können. Ja, und dann freue ich mich, dass auch so ein Core-Range Whisky von Aberlauer ist hier auch zu mir auf den Tisch schafft. Also, der riecht, der riecht so ein bisschen nach Duschgel. Einerseits hat er so sehr typische Sherry-Noten und ich habe gefühlt orange, roter Apfel, bisschen Möbelpolitur oder auch einen Ticken Klebstoff, aber ich habe auch ganz stark halt so eine Duschgel-Note. Spannend. Jetzt fragt mich bitte nicht, welches Duschgel. Auf jeden Fall was Fruchtigeres. Kriegst du ein bisschen Trockenobst. Oder tatsächlich so eine Marmelade, Orangen-Marmelade oder sowas. Aber eine ungesüßte. Ich finde, der riecht echt schön, weil der nicht zu komplex ist. Aber die Aromen, die er hat, sehr klar und deutlich transportiert werden. Und herrlich eingebundener Alkohol. Also fast 62% hätte ich dem niemals gegeben. Ja, ich hätte ihn über 50 geschätzt, aber wahrscheinlich unter 55. Abunat heißt ja wohl auf Gellisch der Ursprung oder das Original und soll damit natürlich auch so ein bisschen die Ursprünge darlegen. Finde ich aber, ja, keine Ahnung. Ich habe noch nicht so viel von denen gehabt, dass ich sagen könnte, ja, das spiegelt das 1 zu 1 wieder. Zum Wohl. Einerseits ein kräftiger Antritt. Andererseits lässt das aber auch sehr schnell wieder nach und man hat die volle Aromenfracht. Es kommen direkt erstmal Noten wie Trockenobst, Pflaume, Rosine, vielleicht auch wieder ein bisschen Orange. Dazu kommt aber so eine Kaffeenote, Kaffee-Espresso. Jetzt hatte ich kurz gerade gefühlt Chlor. Das ist aber schon wieder weg. Also im Geschmack gefällt mir richtig gut, weil der einerseits den Mundraum schön trocken macht, aber es nicht übertreibt. Der Alkohol sehr gut eingebunden ist. Die Fruchtaromen gut durchkommen. Für mich ist das auch hier wieder eher so eingelegte Früchte, in Alkohol getränkte Früchte, aber sehr lecker. Ja, also schöne, angenehme, weiche, aber gleichzeitig dunkle Fruchtigkeit. Steht da was drauf, was für ein Sherry das ist? Made shirt in Spanish Oloroso Sherry Buds. Ja. Das habe ich vermutet, weil ich habe diese Möbelpoliturnote, die ich bei PX oft habe, nicht so wirklich. Ich hatte sie, glaube ich, zwischendurch mal ganz kurz, aber allerdings habe ich auch die Nussigkeit, die ich mit Olorose verbinde, eher weniger. Ja, der ist schön ölig, gefährlich süffig. Und das bei der Alkoholstärke, das ist, glaube ich, schon selten. Also, er ist schon sehr fruchtig. Und das in Kombination mit diesem hohen Alkohol und dieser leichten Kakao-Kaffee, Espresso-Note am Ende. Ist eine sehr schöne Kombination. Er hat natürlich Wucht, er hat natürlich Antritt, auch wenn ich finde, dass es gut eingebunden ist und eigentlich nicht die Alkoholstärke widerspiegelt, die angegeben ist. Nichtsdestotrotz ist das kein Trinkstecken-Whisky. Aber ich finde, das muss es auch gar nicht sein. Der ist auch so extrem lecker. Mir hätten wahrscheinlich ein paar Prozent weniger trotzdem ganz gut getan. Nichtsdestotrotz extrem lecker, sehr lecker. Und wenn das das ist, was Aberlauer so kann, dann würde ich gerne auch von denen nochmal ein bisschen mehr probieren. Abgang ist tatsächlich lang. Ich habe den immer noch auf der Zunge und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Bitterstoffen, die sich lange halten. Sondern ich habe tatsächlich immer noch den Geschmack auf der Zunge, die Rosine, die Orange. Sehr schön. Wie sieht es bei euch aus? Aberlauer? Könnt ihr empfehlen, könnt ihr nicht empfehlen? Was hattet ihr von denen schon und was hat euch total vom Hocker gehauen? Das würde mich natürlich mal interessieren, gerade welche Abfüllungen sind herausragend. Lasst es mich wissen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Like belohnt, auf den Abonnieren-Button klickt und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.